Ja, moin liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die ProLight und Sound 2017 steht an und natürlich sind wir auch wieder mit dabei. Ja genau, unter diesem Video klären wir alle wichtigen Daten, was unseren Messebesuch betrifft. Außerdem gibt es am Ende bei mir und Nico was zu gewinnen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir sind beide im gesamten offiziellen Messezeitraum am Start und dadurch bin ich immer irgendwo anzutreffen, also einfach anquatschen. Aber Jan hat da eher so einen etwas festeren Zeitplan. Ja genau Nico, ich habe da einen etwas festeren Zeitplan. Am Dienstag bin ich bei LaserWorld, da gibt es am 16.30 einen kleinen Livestream für euch, wo ich aktuelle Fragen rund um Lasertechnik und natürlich aktuelle Produktnews über LaserWorld berichten werde. Und da könnt ihr natürlich gerne eure Fragen stellen und ich freue mich darauf, wenn viele Leute von euch zuschauen. Am Mittwoch geht es weiter mit DasLight, da bin ich den ganzen Tag am DasLight-Stand Halle 5A51. Da könnt ihr auch gerne vorbeikommen und mir jederzeit Fragen stellen rund um DasLight. Oder auch, wenn ihr persönlich Fragen habt, könnt ihr die gerne natürlich da auch stellen. Donnerstag habe ich ein bisschen weniger Termine, da bin ich nur bei HeySpace, Steilicke oder Matrix zu finden. Also einfach mal Bescheid sagen, wenn ihr mich sehen solltet auf der Messe, könnt ihr mich gerne jederzeit anquatschen. Ich weiß auch nicht und freue mich immer über jeden Follower, der mit mir gerne ein schönes Gespräch führt. Und Freitag bin ich natürlich auch wieder auf der Messe unterwegs und sage euch das Gleiche wie am Donnerstag. Wenn ihr mich sehen solltet, einfach anquatschen und Bescheid sagen. Ja, des Weiteren hatten wir die Idee, das User-Meeting auf der Messe wieder zu überleben und mit euch persönlich auf der Messe quatschen zu können. Des Weiteren würden wir uns freuen, wenn ihr vorbeikommt am Steilicke-Stand am Freitag zum User-Together ab 16 Uhr. Und da gibt es natürlich auch wieder das eine oder andere Goodie für euch und wir werden natürlich auch die ein oder anderen Stände mit euch zusammen besuchen. Doch nun klären wir die Frage, welche Videos erscheinen dieses Jahr von uns von der Messe? Also von mir wird es ein paar zusammenfassende Videos geben, ein paar Produkt-Hightlights und natürlich wieder meinen üblichen Messe-Vlog. Und da wird wahrscheinlich der Nico auch das eine oder andere mit rumtouren und ich bin mal gespannt, was Nico und ich uns so für lustige Sachen überlegen werden. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auf coole und interessante und vor allen Dingen lustige Videos von der Messe freuen. Also diese Messe-Highlight-Idee ist ja auch echt cool. Kann ich das auch machen, Jan? Aber sicher doch, das ist doch überhaupt kein Problem, Nico. Also ich werde überraschenderweise ebenfalls ein Highlight-Video hochladen, wie ich das schon damals bei der IFA gemacht habe. Und natürlich werde ich auch bei meinen Lieblingsherstellern wie zum Beispiel LNTs, Voice-Akustik, Void-Akustiks, D&P-Audio-Technik und viele mehr vorbeischauen. Aber kommen wir nun zum Gewinnspiel. Wir verlosen insgesamt zweimal zwei Karten für die ProLight und Sound 2017. Diese wurden freundlicherweise von Steinecke und LaserWorld zur Verfügung gestellt. Alles was ihr dafür tun müsst, ist auf meine Instagram-Seite zu gehen, das entsprechend gekennzeichnete Foto liken und kommentieren, warum ihr dieses Jahr 2017 auf die Messe wollt. Der Gewinner wird dann ausgelost und per PN benachrichtigt. Und dann kann er sich mit dem Code die entsprechende Karte runterladen. Bei mir müsst ihr genau das gleiche machen, was ihr gerade bei Nico gemacht habt. Nur das Ganze auf Facebook. Da einfach auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen und da einfach liken und kommentieren. Und erzählen, warum gerade ihr zu ProLight und Sound 2017 kommen möchtet und was euch bewegt. Ich hoffe, wir sehen uns alle auf der Messe und ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Ich sag dann nur vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wie beim Ende sag ich auch, practice and enjoy. Bis zum nächsten Mal.